Ja und damit herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Outdoors by Erwogunz TV. Ja, heute geht es mal um eine App und zwar um die App Discord-Server. Wie bereits viele wissen, habe ich ja einen Hauptkanal Erwogunz TV, wo man Let's Play sieht und so weiter. Allerdings haben wir auch einen Discord-Server und dieser Discord-Server verbinde ich gerne mit meinem Zweitkanal. Ja, auf meinem Discord-Server sind 500 aktive Leute, die zur Community gehören. Und um die Community noch ein bisschen zu erweitern, habe ich mir gedacht, teile ich die Community auch mit meinem Zweitkanal. Dort gibt es Channels, also einige Channels, wo man halt zum Beispiel Bilder reinposten kann von der Natur und natürlich vieles mehr. Giveaways finden da statt und, und, und. Und, falls ihr Interesse habt, drauf zu joinen, könnt ihr das gerne tun. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Kanal, abonniere nicht vergessen. Falls ihr auch an Gaming interessiert seid, den Link zu meinem Kanal, zu meinem Hauptkanal, findet ihr in der Videobeschreibung. So, an der Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao.